Ihr seid für uns alle die Sieger! Und dies Lied ist ein Grund, dass die Reihe der tanzenden Leute weiter darin sich bewegt! Ja, viele Leute sagen mir, dass ich zu blöd bin, die anderen sagen mir, der Schnellste ist er nicht. Doch die Tante, die diese Rede nur für Blödsinn, auch wenn die ganze Stadt darüber spricht. Viele sagen auch, dass ich beschissen singe und meine Texte werden vergleichbar mit Code. Aber ich behaupte, dass sie kein Zwingen, meine Musik zu hohen, obwohl es sich echt lohnt. Viele sagen auch, dass ich nicht besser werde, außer Bade- oder Straßenmusikart. Doch ich weiß nicht, dass ich nicht mehr sterbe, weil ich die Migrationsstadt nicht bin. Wenn wir im Band, bin ich mal zurück und wir in den Kacken, wir werden es schon sehen. Dann bin ich durch und ihr seid so, wie wir machen, doch mal dran, das so kann ich nicht. So kann es gehen, so kann es gehen. Wir sind vermessen, während ich gerade Probe, schreibe Texte, wenn du Blätter abguckst. Bauch in Jeans, du nur Abendgarderobe, weil ich mein Geld für andere Sachen nutze. Ich ging erst bei ihr an, doch hast du viel zu bieder. Mit Sonderschüler, du verwaltest mit danach. Du denkst, du wärst ein Zwinger und nicht ein Verlierer, seit ich sicher hier im Band kommt, wer tag. Denn wir sind fast, wir sind in den Kacken und wir in den Kacken, wir werden es schon sehen. Dann bin ich durch und ihr seid so, wie wir machen, doch mal dran, das so kann ich nicht. So kann ich nicht. So kann ich nicht. Wir werden es schon sehen. Sehr viele Leute sagen mir, dass ich zu blöde bin. Doch wenn ich drüber nachdenk, macht das für mich keinen Sinn. Denn irgendwann, dann kommt der Tag und ich hab es geschafft. Wenn ich auf den Bühnen der Welt stehe und ihr noch auf den Kombi spart. Vielleicht lacht ihr mich jetzt noch aus und stellt euch in den Weg. doch am Ende lach ich, weil ich dann eure Träume lebt. Weil ich dann eure Träume lebt. Weil ich dann eure Träume lebt. Und ihr könnt, wenn ich dann auch auf den Kacken und ihr in den Kacken und ihr in den Kacken. Und ihr könnt da weiter sehen. Dann bin ich durch und ihr seid so wie immer noch am dran. Tja, so kann es gehen, so kann es gehen, so kann es gehen, wenn es so weiter geht. Und ihr habt gefunden. Und die Arbeit geht. Vielen herzlichen Dank! Ja sind wir hier, seid ihr alles gar Freunde oder mögt ihr auch schnelle Musik so richtig Pogo so? Einmal. Also alle die jetzt so gemacht haben, sollten für die nächsten zweieinhalb, na zwei Minuten mal ein bisschen aufpassen. Kommt drauf an wie schnell was spielt. Und die anderen die gucken dann mal, ne was so passiert. Also wenn der Arm fällt, geht das hier mal richtig los. Wenn der Arm fällt, dann sind wir alle alle tot. Ja? 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 Ja?